Willkommen in der faszinierenden Berufswelt von Transport und Logistik. Wir laden dich ein zu einem Besuch bei unserer Kauffrau Sophie. Sie ist eine von 80 Lernenden, die in unserem Betrieb eine erstklassige und abwechslungsreiche Berufslehre absolvieren. Lehrlingsausbildung bedeutet eine Investition in die Zukunft. Überzeuge dich selbst. Ich heiße Sophie Herrmann, mache das KFA mit Profil E und bin im ersten Lehrjahr. Um die Lehre als Kaufmann erfolgreich abzuschliessen, werden als Schulbildung, Sekundarschule Niveau B oder A mit sehr guten Leistungen in Mathematik und Deutsch und guter Kenntnis in Englisch und Französisch vorausgesetzt. Die Firma Galliker ist ein Familienbetrieb. Bei uns ist die Ausbildung sehr vielfältig. Ich gehe zwei Tage in der Woche in die Schule. Die restlichen Zeit bin ich im Betrieb. Ich gehe alle halben Jahre die Abteilung wechseln. Hier im Check-in sind wir zuständig für die Annahme von Neufahrzeugen und die erfassen wir im System. Auch machen wir noch Lieferaufträge, die gerade von hier von Altisofen zum Händler gehen. Ich habe hier noch die zählenden Papiere zu diesem Auto. Gut, danke schön. Bei einem Lieferauftrag ist besonders wichtig, dass alle Angaben, die Adresse und die Schatzinummer stimmen. Ja. Könntest du mir das recht schnell ausfüllen? Wir haben einen Lehrlingsverantwortlichen und in jeder Abteilung im Praxisausbildung uns betreut. Das heisst, er führt uns in die neue Abteilung. Wir bilden Lernende mit einem klaren Ziel aus, sich nach dem Lehrabschluss weiter zu beschäftigen. Die jungen Kaufleute profitieren von der Möglichkeit, eine solche Berufserfahrung zu sammeln. Und die Firma Gallica profitiert von gut ausgebildeten, jungen Berufsleuten, die sie überall einsetzen können. Caroline ist zum Beispiel so eine Person. Genau, ich habe hier bei der Firma Gallica meine 3-jährige Ausbildung als KV-Lehrling machen. Ich habe in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Es war eine sehr interessante Lehrzeit. Nach meiner Ausbildung bin ich im Verkauf und Marketing in der KV-Logistik tätig. Hallo Sophie, wir haben am nächsten Montag unseren KV-Treff. Könntest du bei dieser Gelegenheit ein paar Dokumenten erstellen? Ja, sicher. Nach deiner Ausbildung zum Kaufmann-Kauffrau warten viele weitere spannende Berufs- und Karriereschritte auf dich. Weiterbildungen Buchhaltung, Marketing oder Verkauf, Strassentransport-Disponentin oder Betriebsleiterin. Überzeugt? Nutze deine Chance und melde dich noch heute bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.